Jürgen Klopp hat nur sichergestellt, dass er für immer eine Legend in Dortmund sein wird. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich schwer das ist. Die Champions, zwei Mal auf der Draht, Borussia Dortmund! Dafür bin ich total dankbar, dass ich daran teilhaben durfte. Und ich hätte das als Mensch total gerne behalten. Das ist die Champions League 2011 für Borussia Dortmund! Aber wenn man es ganz, 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 ganz ehrlich reflektiert, dann habe ich festgestellt für mich, da muss eine Veränderung werden. Es ist ein schade Tag mit der Nachricht, dass Jürgen Klopp vor dem Ende der Saison der Borussia Dortmund vorliegt. Aber lass uns nicht vergessen, dass er Back-to-Back-Title zum Signal in Dunepark in 2011 und 2012, als auch so viele andere Moments der Freude. Es wäre einfach nicht richtig, nicht zu viel wiederholen. Musik Kigawa hat sich in den Kigawa zu erinnern. Super, Superstar von der japanischen Internationale! Und Jürgen Klopp, in typischer Jürgen Klopp-Pose, nearly loses his balance. Aber er geht direkt an Shinji Kagawa. Aber es ist auch nur richtig, dass Kloppo selbst das letzte Wort hat. Also geh das weg, Jürgen! Es geht jetzt wirklich darum, dass dieser Verein die Möglichkeit bekommt, das großartige Potenzial, das nach wie vor einfach da ist, auch wieder zu nutzen. Und dazu muss ein großer Kopf weg. Und das ist in dem Fall meiner. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!